Zurück. Ups. Ich frag mich, wie viele Blätter die ihr unter ihrem Rock aufbewahrt. Oh. Na. Letzte Sekunde. Also du saßt zumindest raus. Jetzt schlage ich einfach mal alle. Kann ja auch. Nicht schlimm sein, ne? So. Guck mal. Den haben wir denn da? Darum geht's im Spiel. Einen guten Fang. Hast gewonnen, Sportsfrau. Und keiner ist gestorben. Folge mir in meine Bibliothek. Ich pflege mein Wort zu halten. Der Zimmermann hat eine Revue über die Sterblichkeit in Auftrag gegeben. Pfeift auf Gunst und guten Geschmack. Er will nichts als Heiterkeit, Albernheit und gezügelte Ausschweifung. Das Walross hat seinen großen Auftritt als Tod. Stell dir das vor. Ich werde das Skript zum Theater bringen. Geh du, wohin du willst. Der Zimmermann hat dich bestimmt beauftragt, Fischstievers für den musikalischen Teil aufzutreiben. Der Mann hat kein Gespür für Talent. Manche Fische können singen. Aber nicht alle. Das bedeutet, wir werden gleich eine richtig, richtig, richtig schlechte, äh, Dings sehen. Wahrscheinlich. Dings sehen. Richtig, richtig schlechte Opa. Kann gut sein. Hätte ich bohren, würden sie schmerzen. Okay. Ich bin nicht sehr musikalisch, aber du klingst irgendwie verstimmt. Nicht mein Fehler. Ich kann meine Töne nicht hören. Die Pfeifen sind verstorbt. Das kann ich sehen. Warum tust du nichts dagegen? Um meine Stimmbänder zu gefährden. Du könntest es für mich tun. Hier hat jeder eine Ausrede für seine Faulheit. Erinnert mich ans Irrenhaus. Das machen wir bestimmt. Aber... Weg mit dir. Erstmal holen wir uns die ganzen Zähne. So, und hier war irgendwo genau, da oben war eine Schweineschnauze. So, wir müssen... So einfach geht das leider nicht. Mal, wir sind von hier sind wir gekommen. Genau, von hier sind wir gekommen. Da oben können wir zu Roten rein. Oh, da sieht das so ein Riesenmonster aus. Nach einem großen... Achso, da vorne kommt noch. Ja, natürlich. Aua. Hallo? Aua, hallo. Ey. Ich kann das Kampfsystem nicht mehr. Ja. 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 Das ist ganz schlecht. Aua. Hysterie. Aua. So. So. Die Hysterie ist eine richtig geile OP-Attacke, allerdings. Ist das nicht gerade so, dass... Naja, das ist eigentlich für... Noobs... ...gemacht. Diese Hysterie. ...schlecht für den Anfang, aber ordentliche Arbeit verlangt, bedeutet mehr Einsatz. Und unsere Träume, muss ordentlich arbeiten. Naja. Boah, war das knapp. Oh, nee. Ready? Na bis peak. Naja. Bis zum nächsten Mal. Täch Autism. Ich will nur dcartes basieren. Noobs is fell. Tächereует... Ah, oh. Wow! Ah, gleich hier. Gib mir mein Zeug. Kann ich das auch mit mir? Oh, Hörner. Der Klang der Hörner. Wie schön. Alles schön und gut, aber meine Stinggewalt braucht ein ganzes Orchester. Okay. Nee, es klingt nicht besser. Jo. Da ist irgend so ein Turboschlein. Kann ich den von Nias eigentlich auch so befreien? Ah, ich kann das Licht erkennen. Das ist mein Zeug. Super. Ding, ja. Oh, ja. Oh, Na komm, werf. Werf. Aua. Achso. Ich hab einen falschen Knopf. Das ist natürlich sehr... sehr klug. Komm. So. Und jetzt. Wow. Ganz... Schlecht. 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 Ich muss dir wohl helfen, den Ton zu halten. Ich hoffe, er ist leicht. Es ist ein Problem. Ich will den Tag nicht. Ich will den Tag nicht. Er ist bestimmt nicht weg. Vielleicht verlegt. Ja, ich bin bereit. Oh, scheiße. Oh, man. Ich hab den Rhythmus verloren. Scheiße. Nochmal. Nochmal. Nein. Oh, mein Gott. Wenn so einer spielt im Orchester. Ah, super. Seht ihr mal, meine musikalische Leistung. Ist sowas von scheiße, obwohl ich Psaune spiele. Äh. Nein. Ich bin zu schnell. Komm. Komm. Das ist zum Haare raufen, das Spiel. Das war's für heute.